hallo und herzlich willkommen zurück hier bei medieval dynasty ich freue mich riesig über das spiel so wir haben eine sidequest angenommen wir sollen gucken wo die lieferung abgeblieben ist und zwar sollen wir dafür mit java sprechen und ich meine dieser name kommt mir irgendwie bekannt vor da gehen wir doch jetzt mal hin und erledigen mal die zeit wie soll man heute essen wir haben doch weil wir hätten die mädchen natürlich verkaufen können fällt mir gerade so auf trockenfleisch lass uns das doch mal essen oder muss aber nicht besonders so erst mal reichen so 27 meter noch da ist ja die gute ja auch nie war hallo guten tag ja auch nie war droger schickt mich wofür ich habe gehört dass du die schenke mit roggen beliefert sind das und mir leid dass das gerade kein guter moment bist du immer so liebenswürdig zu fremden oder liegt es an mir tut mir leid ist das gerade kein guter moment entschuldige ich wollte nicht unhöflich sein ich habe gerade einfach nur andere sorgen ich will nicht stören wollte nur wissen was was mit dem roggen ist leider werden wir den roggen dieses mal nicht bereitstellen können die ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon gibt verwenden als hätte ich nicht schon genug probleme aber macht ihr keine sorgen ich habe eine lieferung roggen aus rollnika bestellt sie hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen keine ahnung was passiert ist na da ist normalerweise sehr pünktlich vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen ob alles in ordnung ist das werde ich machen pass auf dich auf lass mich raten dass der roggen den wir da hinten gefunden haben in den säcken richtig 1400 meter wo wir dahin gehen den er glaube nicht das ist ein bisschen weit oder naja gut hilft ja nichts müssen wir ja dann lass uns da halt mal hingehen wir könnten natürlich auch mal eben mit 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 dingen sprechen mit unigos vielleicht schickt er uns auch dahin lassen uns mal eben die die quest aber unigos weitermachen wer weiß ob der uns auch da hinten hin schickt ist ja gut ich glaube ich schon nicht dein küken doch nicht kommt noch ich sollte fest erst mal aktiv schalten nicht über lebenskünstler und unigos geschichte 1 sub da abliefern unigos zweimal hafer el ich habe 6 rasimir tag unigos du bist vor dem stolzesten neuen hausbesitzer des ganzen tals und ich bin hier mit die mit bier wirklich gute arbeit in ordnung erlaube mir meine kehle mit diesem goldenen gerstensaft zu benetzen und in erinnerungen an die alten zeit wachrufen zu lassen ich kannte jordan 22 jahre lang bevor er starb er war mein bester und teuerster freund eigentlich mehr ein bruder ich erinnere mich an den tag an dem wir uns begegnet sind als wäre es gestern gewesen ich war damals 25 jahre alt und lebte im großen jellenberg wo ich auch geboren worden war man könnte sagen dass ich diesen ort haste aber er war das einzigste zu hause ich je gekannt hatte vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen und das tat ich auf die einzige art und weise die ich gelernt hatte stehlen du hast ein dieb das war ich und ein verdammt guter wenn ich das mal so sagen darf mit taschendiebstahl habe ich mir mein brot verdient ich hätte ein saftiges stück fleisch direkt von deiner gabel stehlen können und du hättest es nicht bemerkt dabei war ich nicht habe dabei war es nicht habt ihr die mich trieb ich wollte nur überleben allerdings ich allerdings würde ich lügen wenn ich behaupten würde dass mir die tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse freude bereitet hätte im meisten rpg spiele ich würde sagen du wartest jetzt besser ab und hörst was ich noch zu erzählen habe vor du dich so auf plus das tut mir leid erzähl weiter in jedem berg gab es jedes jahr ein großes volksfest es lockte immer viele auswärtige besucher an du kannst dir sicher vorstellen was das für jemanden in meinem gewerbe bedeutete innerhalb von ein paar minuten konnte ich zusammen bekommen was sonst ein tagesverdienst gewesen wäre ich schnappte mir ein paar münzen hier und da etwas schmuck ein paar neue stiefel und dann sah ich diesen adeligen kerl der einen dicken geldbeutel an seinen gürtel gebunden hatte ein geldbeutel der förmlich danach schrie von mir befreit zu werden ich schlich mich durch die menge bis ich genau hinter ihm stand so hatte ich es tausend mal gemacht kinderspiel ich faste nach dem beutel ganz sanft und vorsichtig ein paar kleine bewegungen aus dem handgelenk und schon hatte ich ihnen der hand nun musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden wie immer aber dann das passiert ich wurde so fest ins gesicht geschlagen dass ich dachte mich hat ein bulle überrannt und es traf mich so unvorbereitet dass ich erst wusste wie mir geschieht als ich schon auf dem boden lag mein kopf pochte wie wild ich konnte kaum gerade ausschauen aber weißt du was nicht was das nächste war dass ich sah eine faust die zum nächsten schlag ausholt aha nein ein lächeln eine riesiges strahlendes lächeln im gesicht eines mannes mit zwei verschiedenfarbigen augen das war dein onkel jordan der kerl den ich für den einen adeligen gehalten hatte erreichte mir seine hand und half mir auf die füße und lud mich zu einem bier ein einfach so warte ihm war aber schon klar dass du gerade versucht hat das ihn auszurauben oder einfach so einfach so das verstehe ich nicht so war jordan einfach weißt du dein onkel war gefährlich schlau bei weitem der klügste mann den er mir je begegnet ist er durchschaute die welt wie niemand sonst konnte ereignisse vorhersagen er war allen und anderen immer mindestens ein dutzend schritte voraus deshalb war es so selten dass ihn jemand überraschen konnte das weckt seine neugierde und er hat nicht erwartet dass du ganz genau scheinbar war ich obwohl ich es am ende ja nicht geschafft habe doch derjenige der bei dem versuch ihn zu bestehlen dem erfolg am nächsten gekommen ist und das gefiel ihm also hast du seine einladung angenommen nehme ich an ich hatte wirklich eine wahl oder ich hatte nicht wirklich eine wahl oder in dem moment habe ich eine heidenangst vor diesem kerl also zogen wir los er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte schenke der ganzen stadt mit bedenke das war während des volksfestes überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich ihm schien das allerdings egal zu sein zu hören sekundenschnelle hatten wir einen tisch und gleich zwei mädchen bedienten uns es war unwirklich für mich gab es nur eine erklärung der laden gehörte ihm und war das so absolut nicht er war zum ersten mal in jedem jelenberg er fühlte sich er fühlte sich allerdings wie ein traum an wenn ich ehrlich bin nach dem schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt ich war sicher dass er ein adliger sein muss und seine manieren sein kleidung die ganze art wie er redete und sich bewegte und dann hatte er einen gewaltigen zug drauf leerte sein bier als wäre es nichts wischte sich den ärmel über den mund und rülpste wie ein elch er wurde von einem hohen herren zu einem kompletten rohling einfach so schnips mit dem finger ich habe mich tausend mal an diesem moment zurückerinnert bevor mir klar wurde warum er das getan hat es war kein fehler oh nein es war auch keine faulheit kein moment der schwäche er wollte dass ich es sehe er wollte dass ich verstehe dass du was verstehst dass er ein absoluter schwindler war du musst verstehen rasimir dass es jemand wie ein dein onkel nur einmal gibt er führte seine waffe wie kein anderer und diese waffe war sein selbstvertrauen was soll das überhaupt bedeuten stell dir eine feste verschlossene tür vor mit bewaffneten wachen davor und du willst was dahinter ist was für möglichkeiten hast du gewalt bestechung versuchen das schloss zu knacken jordan dagegen er hatte einfach nur den kopf hochgehalten wäre hinein spaziert und hätte verlangt dass die tür ohne umschweife geöffnet wird man muss nur dreist genug sein dieser welt du hattest recht dass als alles klingt unwirklich ich wusste nichts davon die geschichte wie meine mutter über meinen onkel erzählt hat das waren ganz andere ich werde ehrlich zu dir sein es klingt als hättest du mir hier das nur ausgedacht eben nur mal eins weil sie fürchte ich einen ganz anderen jordan kannte als ich als jeder in der meute warte die meute oh mein lieber rasimir es gibt so viel dass du noch nicht weißt unsere geschichte hat gerade erst begonnen aber es wird langsam spät komm schon du kannst mich nicht so oft die folter spannen also gut ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen nach dem ersten bier hatten wir ein paar mehr etwas mäht war auch dabei wenn ich mich recht erinnere wir unterhielten uns über unsere vergangenheit unsere träume überzeugung überzeugung wir fingen an ein paar betrunkene und warenwitzige pläne zu schmieden ich dachte das wäre alles nur spaß wenn ich ehrlich bin das nächste an dass ich mich erinnere ist dass ich ein seidenkissen in seidenkissen aufwachte ok ich nehme stark an dass sie nicht dir gehörten oder machst du witze das war das erste mal dass ich einen solchen stoff überhaupt auch nur berührt habe die decke des raumes war so hoch dass eine riese hinein gepasst hätte ohne sich bücken zu müssen ich dachte ich träume dann kann dann kamen bedienstete zur tür herein ich war bereits zur flucht aber anstatt mich anzugreifen präsentierten sie mir das frühstück wirklich aber wie ist das möglich jordan hatte das alles eingefädelt ich habe nie herausgefunden wie er das angestellt hat jedes mal wenn ich danach fragte hat er angefangen zu lachen selbst jahre später ich brauche wohl nicht mehr zu sagen dass ich jelenberg an diesem tag mit ihm zusammen verließ das war das erste mal dass ich die schützende mauer dieser stadt hinter mir ließ und ich kann nie kam nie zurück an diesem tag wurde die meute geboren drei jahre später waren wir zu fünf eine familie wir nannten uns memento ob ich wünschte ich wäre dabei gewesen das klingt alles so unglücklich unglaublich ich habe noch nie solche abenteuer erlebt und wahrscheinlich werde ich das auch nie immer sagte mit den jungen pferden mein nicht alles daran war spaß und liebelei aber das ist eine andere geschichte es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun wie wäre es wie wäre es wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter so machen wir es danke unigast für alles können wir vielleicht unsere eigene meute gründen sprich mit nadal das wollte ich vereinte anschalten das wäre doch mal cool wenn wir unsere eigene meute in anführungszeichen gründen könnten so jetzt lass uns doch mal ein bisschen was verkaufen die hafer behalten wir erstmals brauchen bestimmt noch mit ich glaube die med behalten wir auch erstmal speisen für unterwegs stein und stock lohnt sich nicht zu verkaufen okay wir verkaufen erst mal nichts ich würde sagen wir machen uns auf den weg diese 1,3 kilometer weit wie soll das der nebel sein warum ist das alles grisselig es sieht gerade irgendwie ziemlich schlecht aus kann natürlich ein effekt vom nebel sein ich bin mal gespannt wie das nachher eine aufnahme aussieht wenn das schon auf dem monitor jetzt beim spielen so aussieht so machen wir den weg zusammen würde ich fast vorschlagen da muss ich ganz so viel rausschneiden ich freue mich riesig das spiel hier wieder zu spielen und die geschichten scheinen auch etwas anders zu sein ich wusste zwar dass sie die geschichten ein bisschen bearbeitet haben aber nicht in welchem umfang und anscheinend gibt es jetzt sogar eine eigene geschichte zur frau von unigost wir könnten eigentlich mal eben gucken löwenzahn war es mit der ausdauer naja so und dann können wir mal spär in der hand nehmen vielleicht können wir das erste tier legen das wäre doch ideal das ist da ein fuchs und waren den ran wahrscheinlich hätten uns von vorne rein anschleichen müssen hause da hinten noch nach sich muss echt aufmerksamer werden und ist da nicht noch ein hause erwischt heute so mal gucken wie viel fleisch bringt denn das zwei pelz zwei fleisch das hat sich doch gelohnt pelz also hasen bringen pelz genau da war irgendwas wir brauchen ja nämlich pelz und leder waren ja zwei verschiedene rohstoffe mal schauen vielleicht finden wir noch ein paar viecher unterwegs ein reh wäre nicht schlecht wie sind würde ich mich tatsächlich noch nicht mit anlegen wobei das mit dem wie zins hat später echt spaß gemacht muss man dazu sagen war eine gute relativ einfache beute nenn ich mal noch mehr löwenzahn ne leider nicht müssen wir ein bisschen die augen aufhalten nach löwenzahn können wir können meinetwegen auch mitnehmen das ist das bist du löwenzahn johannes kraut das ist das löwenzahn löwenzahn ist echt praktisch wegen dem ausdauer verbrauch schade dass den ich schon früher gab das müssen wir unbedingt wieder skillen dass wir wenige ausdauer verbrauchen so schwimmen dauert länger als früher dementsprechend warte ich dass wir hier die brücke erreichen ich glaube da hinten war irgendwo eine brücke wenn ich mich recht entsinne wir sollten nicht zu schnell überall vorbei rennen auch mal links und rechts schauen vielleicht haben sie ja noch so tolle sachen versteckt die wir aufsammeln können wahrscheinlich werden wir von dahinten wieder woanders hingeschickt das spiel schon immer gerne gemacht und von a nach b schicken so nicht zu lange mit dem aufsammeln aufhalten ich befürchte nämlich der tag ist schon fast wieder rum scheint mir so dunkel zu sein nicht drauf vorbeigerannt ich muss in die richtung bin ich gerade meinen selbst gesetzten wegpunkt gefolgt gänseblümchen gänseblümchen auch löwenzahn wobei man muss sagen löwenzahn hält natürlich auch nur so ein paar sekunden an wäre cooler wenn das länger anhalten würde ich bin gerade aber überlegen ob das wirklich so schlau war heute noch da hinten hin zu rennen das hätte vielleicht auf morgen verschieben sollen das ist nämlich ein ganzes stück und der röchelt und keucht Zeit für ein bisschen Ausdauertraining hier wäre natürlich auch cool gewesen zum bauen das war ja die Fläche die wir ursprünglich bauen wollten aber das wäre so weit weg gewesen von Gostovia da hätten wir noch um die Goste mal so weit laufen müssen so hier war die Brücke sieht so aus hoffentlich begegnen wir keinem Wolf das könnte kritisch werden wenn er uns überrascht erst recht wenn wir keinen Ausdauer haben ist da ein Mensch ne so ein Strauch das sah nur aus wie ein Mensch erst Moment so rennt der wer weiß wie weit weg na hältst du mir das nicht an oh noch ein umgekippter Karren da gibt es bestimmt noch irgendwas zu holen ne oh schade das Rad können wir nicht mitnehmen Stock mehr gibt es hier nicht doch da Bronze Sichel was ist das keine Ahnung können wir leider nicht mitnehmen das Rad auch nicht aber hey wir haben eine Bronze Sichel was auch immer wir damit sollen äh ist sicherlich gut für ähm Landwirtschaft so heißt das vergessen wie es heißt so es ist leider schon recht spät ich hoffe mal wir können auch mit Nada sprechen bevor wir zurückgeportet werden weil der Tag rum ist so so noch sitzen hier am Feuer das ist gut äh nada hallo was kann ich für dich tun ich wurde darum gebeten nach einer Roggenlieferung Ausschau zu halten die nach Gostovia hätte geliefert werden sollen gibt es etwas Schwierigkeiten also ist er doch nicht in Gostovia angekommen das ist besorgniserregend was passiert ich habe schon gestern einen meiner Arbeiter mit dem Paket losgeschickt er hätte längst dort ankommen sollen es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten mit diesem Weg irgendetwas muss passiert sein ich bin sowieso schon hier also kann ich mich auch auf der Suche äh auf die Suche nach ihm machen ich bin von Gostovia gekommen aber vielleicht habe ich ihn auf dem Weg irgendwo verpasst wirst du das tun das wäre eine wirklich große Hilfe ich hoffe es geht ihm gut dann verliere ich besser keine Zeit wo sollen wir jetzt hin in dem Gebiet irgendwo suchen ähm ja ich befürchte auf dem Weg werden wir sowieso zurückgeportet ne würde fast sagen ich mache hier mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dahin macht's gut tschüss